Ja, hallo zusammen. Wir haben jetzt schon den 21.12. Ja, meine Güte, bald kommt das Götzkindchen um 0.54 Uhr. Ja, ich war jetzt heute auch nicht so ganz gut drauf und habe noch so ein, zwei Artikel dann ein bisschen mit meinen Satiren versehen, um mich auch wieder ein bisschen zu erden. Ich weiß jetzt nicht, wie das ankommt. Wer es denn dann schauen möchte, sehr gerne bei VK, bei Bitschut, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile zur Lieblingsplattform gelangen und dann sehen wir uns ja oder hören uns auch gleich wieder. Ja, ich bin halt hier dauernd im Moment dran, irgendwas zu machen. Seht es mir nach, aber ihr müsst ja auch nicht schauen. Ja, dann vielleicht bis gleich. Tschüss.